Das ist unsere Terrasse und hier ist Küche und Schlafcouch, Zimmerkontrolle. Hier habe ich mal eine Unordnung aufgebaut. Da liegt meine Frau und ich dahinter. Toilette, Bidet, Waschgelegenheit. So, jetzt geht es ins Schlafzimmer. Schrank. Schrank ist ein bisschen klein. Heute Abend geht es essen. Fenster mit Fliegengitter. Schrank. 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 Vielen Dank.